Früher in der Schule, wenn du dich auf eine Schularbeit vorbereitet hast, dann hast du entweder nichts gelernt oder du hast gelernt. Und wenn du gelernt hast, dann bist du zu dieser Schularbeit gegangen und hattest im Endeffekt nichts mehr zu verlieren. Du hast gesagt, ich habe alles getan, ich habe mich vorbereitet und wenn es jetzt nicht gut geht, ich habe mein Bestes getan. Und das hat auch etwas mit Survival und Survival Training zu tun. Was ist Survival? Das ist Video Teil 2. Und wenn du wissen willst, worum es dabei überhaupt geht und was ich überhaupt von dir will, ja, dann bleib dran. Hallo, willkommen, das ist der Reini Rostmann vom Survival Show Problemskunst. Schön, dass du dabei bist. Das ist, was ist Survival Teil 2. So, wenn du Teil 1 noch nicht gesehen hast, gebe ich dir da den Link schon oder das zuerst an. Denn heute geht es um das Thema Vorbereitung. Und zwar, ich rede jetzt nicht über Prepping oder sonst irgendwas, sondern ich rede davon, dass du dich für, wenn du dich für Survival interessierst, für dieses Thema, dass du dich auf Extremsituationen einerseits im Kopf, aber auch physisch vorbereiten solltest und du dadurch auch bessere Karten hast. Das stimmt leider nicht immer, aber dazu komme ich noch im Video. Die Leute, die bei mir bei den Survival Trainings waren und dann zu einem Survival Extrem Training kommen, wo wir nur mit dem Messer im November rausgehen und sagen, okay, kein Schlafsack, kein gar nichts, drei Tage, zwei Nächte, bei Kälte, bei Nässe, wurscht, ja, wo viele drüber lachen, aber ist auch egal, dann komm zu mir. Aber der Punkt dabei ist, ja, der Punkt dabei ist der, du bist da draußen mit einem Messer, wahrscheinlich ein größeres als das hier und die Leute, die schon bei Survival Trainings waren oder schon bei mir oder bei anderen und wirklich was gelernt haben, damit meine ich jetzt nicht so bla bla, Survival Trainings, wo man sich abseilt und wo man Nahkampftechnik oder so irgendwas macht, da bist du, hat es eine Berechtigung oder bist du aber bei mir falsch. Aber der Punkt ist, die, die sich vorbereitet haben und hier schon trainiert haben, zeigen deutlich bessere Ergebnisse. Schau da schon, ja, sowas kann es doch gar nicht geben. Survival ist sowas wie ein Beruf, so wie alles andere, wo man was üben muss, wo man was ausprobieren muss, wo man was trainieren muss, damit man es dann, wenn man es braucht, kann. Verdammt, das ist auch bei Erste Hilfe so. Und eigentlich bei allen im Leben, selbst beim Autofahren, verdammt, als ich das erste Mal in ein Auto gestiegen bin und das geht dir sicher genauso oder ist dir auch so ergangen, war es schwer. Und heute, so hoffe ich doch, geht es viel besser. Also Übung macht es, aber nicht nur die Übung, sondern auch, und das ist jetzt der interessante Punkt, das geistige Auseinandersetzen mit der Situation. Und zwar, dass du ein Spiel spielst, und zwar das Was-wäre-wenn-Spiel. Was wäre-wenn. Das Was-wäre-wenn-Spiel kommt aus meinem Survival-Mentor-Training, schon wieder billige Eigenwerbe und so ist das halt. Das ist ein Online-Coaching, gebe ich da auch unten den Link. Und da stelle die Frage, was wäre-wenn. Was wäre-wenn, weiß ich nicht, ich jetzt hier oder du jetzt mitten in der Wildnis, so wie ich da jetzt bin, und es ist auch hier wirkliche Wildnis, aber das erkläre ich einmal in einem anderen Video. Wenn du da jetzt gestrandet bist, es gibt dir keinen Handyempfang, du hast dir vielleicht irgendwas wehgetan und kannst nicht mehr weggehen, niemand weiß, wo du bist, also verdammt, du musst hierbleiben. Was wäre-wenn, was würdest du tun? Was wären deine Schritte? Was ist zu tun? Fühl dich einmal in diese Situation rein. Das ist natürlich, und das ist jetzt interessant, nicht dasselbe als diese Situation zu trainieren, aber es ist besser als nichts. Es ist besser als nichts, denn zwischen Wissen und Tun ist es ein Schritt. Aber wenn du gar nichts weißt, ist es einfach schwierig. Und daher ist diese Vorbereitung, und damit meine ich nicht nur Messer kaufen, so interessant. Und auch wenn du das öfter tust, also mir geht es zumindestens, wenn ich recherchiere für meine Bücher und für meine Projekte, also für meine Coachings, Online-Kurse, und ich mir Survival-Situationen anschaue von Menschen, dass ich umso öfter ich das mache, und umso öfter ich durch diese Situationen auch fiktiv gegangen bin, und auch durch Training gegangen bin, umso tiefer kann ich mich da einfühlen. Umso mehr kann ich den Stress verstehen, kann ich die Angst verstehen, kann ich das Problem verstehen, der Ungewissheit. Geht ja mir auch so. Wenn ich jetzt so ein Training mache und da einfach rausgehe und einfach mal was riskiere, dann habe ich auch eine Ungewissheit. Wie wird das sein? Und du hast bei einer Survival-Situation einen Kontrollverlust. Und das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Wenn es dich jetzt hier zamprakt, wie man in Österreich sagt, und du nicht weitergehen kannst, und es nicht weitergeht, du nur einen eingeschränkten Radius hast, dann hast du die Kontrolle über dein Leben, so wie du das bis jetzt hattest, verloren. Und das Ziel von Survival-Techniken, aber auch von geistigen Survival-Techniken, ist es, dich wieder in die Kontrolle zu bringen, so gut das halt möglich ist. Und zwar erstens im Kopf, dass du den ersten Schock, das erste Problem, und dass man in den Aktionismus kommt, und komm und wir tun einfach was, nämlich damit doch auch Energie verschwendet. Das ist eine Survival-Regel, Energiespann. Eine meiner zehn Survival-Regeln, gebe ich da wieder unten, natürlich das Buch, eine meiner zehn Survival-Regeln sagt Energiespann. Aber wenn du kopflos herumlaufst, machen wir jetzt schnell irgendwas, damit wir uns beruhigen, nur durch das Tun, verschwenden wir Energie. Das heißt, du musst im Kopf deines Survival-Techniken, da gibt es einige, jetzt, ich weiß es, dass du einfach durchatmest, ja, Atmen, ja, ich habe, also ich sage das Wort jetzt, ja, taktisches Atmen, es klingt jetzt zu eigenartig, aber es hat nichts mit Krieg oder sowas für mich zumindest zu tun, oder für Kämpfen, sondern, dass du wirklich komplett durchatmest, dass du dich leer machst, klingt es uterisch, ist vielleicht auch so, aber genau das ist es. Auch das ist eine Survival-Technik. Es ist genauso eine Survival-Technik, wie da hinten ein Feuerart sind mit Kinnspann, ja, ist auch eine Survival-Technik, aber es ist was anderes. Und du brauchst beides, und auf das musst du dich vorbereiten. Du musst, wenn du es wirklich aktiv tun willst, jetzt musst du das ausprobieren und musst das trainieren. Jetzt kommt dann oft der Einwand, wenn ich das bei meinen Vorträgen sage, naja, es gibt Situationen, es gibt Menschen, die in solche Situationen gekommen sind und kein Survival-Training gemacht haben und trotzdem genial reagiert haben. Ja, stimmt. Und es gibt kein absolutes, genau so ist es, das gibt es nicht, es gibt diese Schablonen nicht. Aber eines ist interessant, wenn du dir diese Fälle genau anschaust, und damit meine ich wirklich genau, dann sind das häufig, nicht immer, aber häufig, Menschen, die eventuell aus einer Einsatzorganisation sind, Feuerwehr, Rettung, Kieferrei, Polizei, hab das aber lieb gemeint. Oder Leute, die Bergsteiger sind, ja, und solche Situationen schon einmal gemacht haben, oder beim Militär waren, die sich irgendwie, vielleicht jetzt nicht mit genau dem hier, aber die sich mit dieser Sache von der Struktur her, von der geistigen Herangehensweise an das Thema schon auseinandergesetzt haben. Und daher, von nichts kommt nichts. Ein großes schwarzes Loch ist ein großes schwarzes Loch. Also es hilft nichts. Das heißt, hoch, auf den Hintern, und raus, und sich in die Situation begeben. natürlich nett und lieb und gut und vorsichtig und mit Fallback, also mit Sicherungsseil und drüber nachdenken, das was wäre, wenn Spiel spielen. So. Und ich habe es mir zur Angewohnheit gemacht, und das mag ich jetzt mit dir teilen, diese Tagesroutine, die ich habe, einmal am Tag, und zwar stressfrei. Ich habe mich da früher wirklich gestresst, aber das mache ich jetzt mittlerweile nicht mehr. Ein einziges Mal, ich meine, ich mache es von Berufs wegen, da ist das natürlich klar, aber auch du kannst das, auch du kannst das, auch wenn du ganz was anderes machst als ich, dass du einmal am Tag rausgehst und dich irgendwas Survival-Technisches fragst. Zum Beispiel, da drüben, ja, da stehen Farne, und dass ich die anschaue und sage, da könnte der Dach damit machen. Oder dass ich einmal am Tag eine Pflanze esse. Okay, ich bin halt ein Pflanzentrottel, ja, vielleicht bist du das nicht, ja, aber dass es unterschiedliche Dinge sind, dass es nicht jeden Tag Messerschleifen ist, und dass es nicht jeden Tag das Messer in die Hand nehmen und herumgehen, und herumtun. Und dass es auch nicht immer jeden Tag oder immer wieder das Erste-Hilfe-Set ist, sondern dass du es aufmachst, dass du es aufreißt, dass du den Verband anlegst und einfach einmal probierst, dass du einfach tust, dass du einmal am Tag irgendeine Survival- und Pushcrack-Aktivität tust. Und damit meine ich nicht nur YouTube schauen, das ist besser als nichts YouTube. Ich weiß. Weil viele Leute durch das Zuschauen von sinnvollen Sendungen, möchte ich hinzufügen, auch wirklich was lernen, weil wenn du siehst, wie das gemacht wird, das ist auch die Idee des Survival-Mentors, wenn du siehst, wie das gemacht wird, es gibt sogenannte Spiegel-Neurons jetzt wissenschaftlich, aber auch ist ja wurscht, nein, ich sage es nicht, aber durch das Sehen, durch das im Kopf durchdenken und Sehen, bist du dann, wenn du es tun musst, besser dran, als wenn du gar keinen Plan hast. Es ist zwar, und das weiß ich auch aus eigener Erfahrung von meinen Trainings, dann oft zwischen, ich habe es auf YouTube gesehen und ich muss es selber machen, auch noch einmal ein Riesenschritt, aber es ist nur mehr ein Schritt. Aber zwischen, ich habe überhaupt keinen Plan und überhaupt keine Ahnung, da gibt es keine Brücke. Aus. Schon dreimal gesagt, glaube ich. Und daher, zu guter Letzt, Ausrüstung ist gut und toll und ich liebe das, aber das allein wird dich nicht durchbringen, sondern du musst auch im Kopf eine gewisse Survival-Vorbereitung treffen. Was wäre, wenn? Was wäre, wenn? Und immer wieder. Und das Zweite ist, denk dich jeden Tag einmal in was Survival-Technisches rein, was auch immer für dich halt relevant ist, weiß ich ja nicht, ja? Vielleicht hast du Pflanzen, ich mag die halt. Oder du bist irgendwie so auf Urban Survival. Einmal, okay, irgendetwas, 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 was du dir in deinem Alltag herholst, das schärft deine Aufmerksamkeit und das fügt sich über die Jahre zu einem Netz zusammen, das richtig dicke Seile hat. Kannst du vertrauen, denn ich weiß es aus eigener Erfahrung. Das war's. Sehr abstraktes Video, wollte ich ganz einfach wieder mal tun. Ich mache dir um einen Kommentar bitten, schreib du, was siehst du mit dem Was-wäre-wenn-Spiel oder was machst du? Machst du einmal am Tag so eine Survival-Übung, dass du irgendwas durchdenkst oder dir irgendwas herholst, transparent herholst? Machst du das? Machst du das? Was bedeutet für dich das Wort Vorbereitung? Das würde mich interessieren. Daumen nach oben oder nach unten, ganz wie du magst. Schreib mir bitte den Kommentar. Ich lese sie alle. Ich lese sie alle, auch wenn ich nicht immer antworte. Abo, wenn du das erste Mal hier bist. Glocke drückt nicht vergessen. Links zu allen Dingen, dem Buch und dem Survival-Coaching findest du unten. Ein paar andere Videos zum Anschauen. Es hat mich gefreut, dass du dabei warst. Dein Rainer Rossmann. Bis bald. Bis bald.